ja hallo willkommen zurück zu tournjork pro skater 4 wir fangen heute also wir machen heute weiter also jetzt gerade und zwar mit der specialaufgabe von buchilassig mache ich jetzt mal und zwar die specialaufgabe suchen wir die ist hier auf dem dach also wir versuchen die aufgabe so gut zu lösen wie es geht ich muss 675.000 machen bei dieser aufgabe ich muss aber auf dem dach bleiben ich darf nicht runter von bach ich versuche nur so gut wie möglich es geht was das ist ja 500 schon haben wir geschafft neuer film und neuer cheat freigeschaltet machen wir auf beenden wir nehmen jetzt einen anderen skater also jetzt für das nächste gebiet wieder die profi ziel und so alles und zwar jetzt kommt san francisco ich weiß kappen müssen wir nehmen für eine spezielle aufgabe also profi ziel wieder 10 15 minuten lang das video 15 bis 20 ungefähr gleich erstmal knapp drei minuten also muss man schon wie weit ich komme ich komme jetzt krein tupi wo rimo slide kickflip backflip das haben wir auch schon fertig so jetzt geht es gleich weiter mit karen campels profi zielaufgabe und zwar in san francisco das ist ja schon ein paar nummer 11 also ich denke mal das wird ungefähr um die 15 part so vielleicht oder muss ich mal schauen wie schnell ich damit durchbinden die restlichen ziele alle würde ich mal sagen fangen wir mal an schock mein fresse kommt loskonto pivo remos light kickflip backflip auch ein cooler klick so jetzt aber fangen wir man ja ich bin ja ein bisschen weiter kommen mir also keine möglichkeit vortäuschen hier amasko 216 15.000 muss man ja 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 Front-Food-Impossible Da ist die Special-Aufgabe, Karin Kempel, mach einen Kick-Flip, Back-Flip an der Gap von der Überführung über das Wasser zum anderen Pier, okay, kann ich euch zeigen, wie das gemeint ist Und zwar so, zack, Aufgabe erfüllt schon Neuer Film freigeschaltet Promo-Slide und natürlich Kick-Flip, Back-Flip Oh, dann haben wir wieder ein Ziel, das wir machen können Knallersquatch, 175.000 Und abgeschlossen Knallersquatch fertig Also ich mache jetzt mal eine coole Aufgabe, das ist die hier Und zwar Frittenlauf Skate durch die riesige Frittentüte Du hast 5 Sekunden Zeit dafür Habe ich Also muss ich diese Frittentüte holen Also wo ich die bekomme, das weiß ich jetzt schon Da ist ja die Frittentüte Und die haben wir, ja Haben wir auch geschafft So Jetzt weiß ich noch gesperrt Zwei Ziele Die machen wir jetzt eben kurz Die müssen hier irgendwo sein Die müssen hier irgendwo sein Wahnsinn, scoort 318.000 Können wir auch noch machen? Nein, meine Fresse Nein, meine Fresse, nein Oli North Oli Airwag Fingerflip Oli Airwag Fingerflip noch dabei Primo Slide Pivo Ein paar Lips machen Der letzte muss auch hier irgendwo sein Eine Aufgabe Danach kommt die Special Aufgabe von Jamie Thomas Das wird ein bisschen knifflig Weil das hat nur mit Manuel zu tun Superscore 540.000 840.000 480.000 480.000 480.000 580.000 590.000 580.000 Verwohrschaft. Die Aufgabe müssen wir noch machen, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt zu Jamie Thomas. Wir brauchen auf jeden Fall mit ihnen Manuel sehr gute. Okay, das auch. Das reicht schon. Schauwitruhe Wald. So, die Tricks haben wir auch. Jetzt würde ich sagen, versuchen wir den Marvel Challenge in San Francisco. Ob wir es packen im ersten Versuch, kann ich leider noch nicht sagen, aber wir versuchen es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sag's dir, das wird nicht einfach werden. Ob wir es packen, weiß ich nicht, aber ich versuche mein Bestes zu geben gerade. Ja, wir haben es gleich. Ja. Super. Ich hab's gepackt. Neuer Film, neuer Cheat. Und zwar gehen wir jetzt wieder zum nächsten, zum nächsten beiden Profi-Zielen. Das wird Alcatraz sein. Und ich weiß auch schon, wer er ist. Rodney Mullen. Ein sehr guter Flachland-Trixer. Mit ihm muss ich eine Aufgabe machen. Denk ich mal, weil er so gut im Flachland ist, hat das irgendwas mit Manuel zu tun. Werden wir gleich sehen, was ich da zu tun habe. Nein. Ach. Alles Zeitwürde, was ich mache. Wozu? 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 Kostet ja alles Zeit, ne? Ist aber nicht schlimm. Gazelle Anderflip. Noli-Flip-Underflip. Noli-Flip-Underflip. Tresbar. So. Aufrafffällig. jetzt kommt Alcatraz ja ja ich muss ein Antikaspe machen jetzt muss ich starten leider nicht geschafft noch ein bisschen ein bisschen raus noch kommt was durch ja haben wir geschafft die aufgabe antikaspe und natürlich den gazelle an der flip für die minute lohnt sich jetzt nichts was zu machen also beenden wir den part wir machen weiter mit roten im morgen die restlichen aufgaben danach kommen die andere profi skater dran und dann ist dieses gebiet auch schon fertig von Alcatraz ich speichere jetzt mal ja und dann sehen wir uns im nächsten part wieder viel spaß beim ansehen und dann sehen wir uns im nächsten Mal und dann sehen wir uns im nächsten Mal